Let's go! Es geht wieder los! So oder so? 30 Jahre DEL! We are back! Geile Tore! Ein Sensationstor! Fette Szenen! Brutale Saves! Riesen-Saves! Die Bratwurst! Eishockey-Fans, das ist meine Early-Bird-Meisterschafts-Prediction. Meine Nummer 1, ganz klar, München. Bester Stamm an deutschen Spieler. Alle fühlen sich pudelwohl. Berlin, meine Nummer 2, Kai Wismar, der neue Kapitän. Freddy Tiffels ist gekommen. Tobi Eder ist auch da. Düsseldorf, Nummer 3, King Hendrik, Kaukeland, der beste DEL-Torhüter. Akta, Mebus, Ankert, die Leute kämpfern in der Liga. Wer sind eure Meisterschaftskandidaten? Ciao for now!